Alter, das Mammut ist so dämlich, das tut schon weh. Alter, kommt der noch nicht mal an einem Baum vorbei, der noch nicht mal nah an ihm dran ist, oder was? Das habe ich ihnen auch schon gesagt. Das denke ich in demnächst so, es hat schon einmal Yeti Tobi bei meinem T-Rex Fleisch mit reingetan. Ganz genau. Aber er hört nicht zu. Das tut er nie gerne. Was brauchst du denn für das Rezept? Hm, wir haben noch so viel Holz da drin. Komisch. Wasser. Hm, dann keine Ahnung. Ja, ein Skeletterm, ich habe es schon gesehen. Ich habe es schon gesehen. Keine Ahnung, er ist nicht meiner. Ich nutze diesen Scheiß nicht. Weiter, der hin rein. Wahrscheinlich wird durch den Boden geglitscht. Oder gefallen. Das ist ja auch noch so viel Holz drin. Wie hat es denn da drin? Das ist ja auch so symptomatisch. 500 278 2000 6 So, ähm. Nach fünf. 2,5 Holz haben wir drin, das heißt, wir brauchen nur noch 1.100 Holz. Ich habe ihn gelernt, das ist mir die Irre, ich kann mal nachgucken, ich habe am Anfang fast jeden Sattel gelernt, es kann auch sein, dass ich genau den nicht gelernt habe, doch, ich habe den gelernt, welse Buffo, richtig, gut, habe ich gelernt. Kennen wir schon. So, ein Sattel Laguna benötigt folgendes, 15 Mancingpaste, 30 Woods, 95 Fiber, 170 Heid. So, jetzt. Oh, stehe ich mir dafür. So, so. So, so. 500 Holz fehlt noch. Hi Connie, I'm upstream. Okay. So, Microtron. 500. 1000. 25. 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 Okay, okay. willkommen beim stream ritz hat ein bisschen länger gedauert wie gesagt ich hatte heute schon stress wir sind gerade dabei was zu bauen wir bauen uns gerade nach hier ist alles schon gebaut wir fahren gerade die materialien für die wände und danach kommt hier noch ein leuchtturm hin und so weiter und so fort ein drum und dran gleich mein soll ich einfach mal hinterher nachschauen gibt youtube ja das hatte mir einmal geteilt das habe ich gesehen und ich muss das sofort haben so 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 das ist bemerkenswert fünf jahre für welches spiel jetzt noch selder und dann auch noch blind respekt respekt ganz ehrlich auch wenn es fünf jahre sind es überhaupt zu schaffen als blinder wie gesagt respekt das ist gut ritz dann kannst du ja schön pvp spielen ja also so 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 Familie Laguna? Wo ist denn dein Frosch? Will ich jetzt mal sehen. Dein Frosch will ich jetzt mal sehen. Oh! Interessant Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4